Salut, bienvenue mes amis, hier ist wieder kurz Filmwelt. Und ich möchte auf diesem Wege heute nur kurz mal auf meinem Livestream am heutigen Abend hinweisen. Ja, den mache ich aber nicht allein, sondern ich habe mir das zu einem sehr sympathischen, lieben, netten Kollegen eingeladen, den ihr vielleicht auch schon mal alle gesehen habt auf meinem Kanal, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt oder einige Videos geschaut habt. Nämlich Frank Michael Rost, heute bei mir zu Gast um 19.30 Uhr, unter anderem bekannt als Name, Pseudonym, The Man Behind the Words, hat er auch hier auf YouTube einen eigenen YouTube-Kanal. Wie gesagt, er ist Autor und war schon mal bei mir zu Gast, wo er sein erstes Buch in 100 Tagen zum Roman vorgestellt hat. Und heute ist es soweit, ja, Premiere, sein neues Buch ist bald im Handel erhältlich, sagen wir mal, nächste Woche schon mal, ja. Ja, und zu diesem Thema, ja, möchte ich ihn natürlich gerne befragen. Ist ja sehr, sehr interessant, deswegen gibt es heute hier ein Special auf Cooles Filmwelt ab 19.30 Uhr, wo er sein neues Buch, Never Shed with a Stranger, bei mir hier auf Cooles Filmwelt vorstellt. Ja, und dieses Buch, das hat so einiges zu bieten, ja. Es wird ziemlich, also, wenn es jetzt schon noch warm ist hier im August, ja, dann wird euch richtig heiß werden. Ja, naja, ich sag's mir, es ist, meine Lieben, lasst euch mal überraschen, ja. Ich kann jetzt auch hier nicht großartig erst mal Fotos zeigen, weil es ist zu prickelnd für YouTube und Co., ja. Ich sag's mir, es ist, meine Lieben, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich freue mich wahnsinnig auf Frank Michael Rost, ja, ist ja einer meiner liebsten Kollegen, mit denen ich irgendwie immer Projekte starte. Deshalb seid bitte dabei, ja, es kann sehr interessant werden, denn, falls ihr Fragen habt, wir sind natürlich für euch auch wieder da, wenn es dann heißt, ja, wir haben Fragen, wir beantworten, ja. Im Live-Chat, wo ihr dann ja immer schreiben könnt, das wisst ihr ja, wie das geht, seid dabei. Nein, unbedingt, ja, unterstützt uns tatkräftig und seid gespannt, was das für ein neues Werk von Frank Michael ist. Und, ja, bis dahin sag ich jetzt erstmal, schönen guten Tag noch, habt einen netten Nachmittag. Und diesmal nicht verpassen, 19.30 Uhr, nicht 20 Uhr, 19.30 Uhr sind wir beide am Start, ja. Okay, prima, bis dahin sag ich jetzt erstmal, Salü, ja, bin Tomi, Sami, bis nachher, bis später, eure Kulle. Tschüss.